Es ist toll, jemanden zu kennen, eine Bildung, eine Ausbildung, Wissen weiterzugeben von einem tollen Beruf, von einem handwerklichen Beruf, der sehr vielseitig ist und dass der mit Freude sein Lebensunterhalt bestreiten kann und hoffentlich auf dem Job bleibt, eins erhalten bleibt. Ich glaube, es kann jeder etwas mitbringen, gerade auch im Team. Er darf sich selber einbringen. Interessierte sind herzlich eingeladen, bei unserer Schnupperlehre zu absolvieren. Ich darf bis zu einer Woche gehen. Die Interessierte hat die Gelegenheit, am Fahrzeug mit den Mitarbeitern mitzuschaffen. Sie hat aber auch die Gelegenheit, selber etwas zu erarbeiten, aufgrund eines Planes, den wir zur Verfügung stellen. Um nachher heraus zu spüren, ist der Beruf etwas für mich oder ist es nicht. Der Beruf Garosserie Spengler ist ein sehr toller Beruf, weil es ein sehr vielseitiges Handwerk ist. Man arbeitet mit Blech, mit Glas, je nachdem mit Holz und mit Kunststoff. Ein sehr breites Spektrum. Ein toller Beruf. Ein sehr breites Spektrum. Ihr seht ihr nicht. WDR 5.